Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativikiste.de. Kleines Corona-Bastel-Update. Wir haben uns so ein Elch hier gebaut. Dazu haben wir einen Holzdiel genommen. Deswegen auch diese Breite von dem Geweih. Das Gesicht ist dann aus einem 3,5 mm Brett gemacht. Als Augen- und Nasenlöcher haben wir Knöpfe verwendet. Dazu noch so einen schönen Schal hier. Das Besondere, ich hoffe, das sieht man jetzt so ein bisschen hier, ist, dass ich das Ganze mit dem Flex und mit einer Schrubbscheibe so ganz rau gemacht habe. Ich habe das Ganze mit der Bandsäge ausgesägt. Meine Kids durften abschleifen und leimen und schrauben. Und so war mal wieder ein bisschen Zeit rum.